AHH! Die Piks! Ja, ja, ja! Hauf haben wir Bock. Und dann machen wir so. WIEH! 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 Don't worry. WIEH! 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 Da ist jemand. WIEH! WIEH! 1 HP! 1 HP! 1 HP! 1 HP! Er hat genau 4! Spray, spray! Er hat 30 HP! Nice! Let's go, baby! ... und Glybmuts zu 1 Million Follower. An der Stelle wirklich geisteskrankes Event. Ich bin komplett am Arsch! Hey, aber ganz kurz, wenn du schon mal hier bist. Äh... Ich schieße schon nach unten. Ich schieße schon nach unten. Ich schieße schon nach unten. Ja, ach, Mann! Was? Was passiert? Wir haben die *** alle gelangen. Oh, was ist das für'n Spiel? Trockenfakt. Ja, voll Spielspaß, Digga! Richtig Spielspaß! Wow! WHAAAT? Ey, wisst ihr was, Digga? Haben wir noch ne Rauchbombe? Zwei Rauchbombe, bitte! Zwei Rauchbombe, bitte! Oh, 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 oh! Ja, geil! Lunge, Instagram moddiger, ja! Spray them! Spray them, man! Aber gut, Stormstash, weil die sind einfach psychos und... Oh, fuck! Hast du das gesehen? Und dann dieses Aufpack! Digga, das... Eigentlich... Eigentlich können wir das nur so... Was editst du, Bruder? Wieso rein? Bro, ey... WAH! 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 Digga, hol ich mal! Und du da irgendwie... Du lachst, Digga, der war genau so los wie du! Hier, 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 Autoteile! Oh, mein... Oh, wait! Let's go and get some! Alright! I can drive, you can upgrade! You have a blue chart on your screen! AHH! I have a blue... Slapdrag is here, we need to come here, Omar! Yeah, I'm coming! Omar! I think they're camping here! Guys, we need to be quiet now, we need to... Yo, my game crush! Hello? Yeah, yeah, yeah! Wait, 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 wait! I need to disconnect again! One sec! Okay! Hello? Yeah, yeah, yeah! Okay! They're hiding here! Wait, wait! My game got... fully crashed, I think! No, 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 no! I think it's fine! No, I'm here! I'm good, I'm good! No problem then! You can stand next to me as Team Captain, I'm responsible for your team! We're going to start with the leadership. There will be a long time... There will be 5 points of take, plus respawn. That's what you got caught, then you're going to go out right now, and you're going to your respawn point, you're going to press the buzzer. 3, 2, 1, go! 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 Wie, was machst du da? Bist du das alt? 3, 2, 1, go! No, 3, 2, 1, go! Door epid. No, три, 2, 1, go! Oh mein Gott! Get the rockets, get the rockets, get the rockets, I have 4, i have 4. I have 4, i have 4. Okay, okay. Abbaubares System hast du da. Chat Ich glaube Jannis macht was ganz ganz Versautes und ich glaube er denkt er ist muted, ich glaube. Das Ding ist, deine BÜ ist gerade so laggy. Geht zu Tanke, hol dir die Bananen. Dankeschön. Ok. Ok. Fängt er gut an. Ok Bruder, das war nicht ganz so wie geplant. Was? Hat er früher auch immer so nix mit. Wo ist der hin? Ah, meine Hand Digga. Bist mir la meine Hand. Ja klar Bruder. We can't let him get any points. We can't let him get any points. Corinna Kopf is hosting you with 69 Viewers. Gitschi Gitschi Yadada, mein deutscher Engel. Man. Man. Da war schon die nächste Doni. Ok. Fast. Ok. Nice. Ich hab nur ein Metz, wie kann das sein? Hä? Ich hab doch da ein Metz aufgenommen Ich hab das auch, ich hab gar nicht drauf geachtet sogar Digga, wie kann das sein, wie der Top 14 nur Was? Hab ich da keine Metz aufgenommen gehabt? Du hast doch, du hast doch eine Metz Die sind, keine Ahnung, 5 Kilo schwer oder sowas Ja, ja Das ist total schwierig Auch das dann die ganze Zeit so zu halten Amar erklärt so ganz So ganz dezent und charmant Die Niederlage Warte mal Sind das Sweezy und Nate? Das ist ZQ Oh mein Gott Oh mein Gott Halt's Maul Trulex Trulex und Queezy verlieren das Ganze noch Gegen Sweezy und ZQ Das kannst du dir nicht ausdenken, Chat Das kannst du dir nicht ausdenken Acht Eliminierungen in der ersten Runde Genauso stelle ich mir das vor, Digga Eins Bei mir buckt alles, bei mir buckt alles Ja, ja, du musst springen, du musst springen Warte Oh mein Gott, du bist oben Oh mein Gott, du bist für die flashlight Oh mein Gott, du bist für die flashlight Oh mein Gott, ich hab dich auf dich Oh mein Gott Was machst du da? Ich hab die Hecker kapaziert, ey Oh mein Gott Ich hab auch ein RPG Ich hab auch ein RPG Was ist der Sammler-Routine? Was ist der Sammler-Routine? Der war auch minus 130 Bis zum nächsten Mal.